Hallo Zocker Freunde, weiter geht's in Mordor's Schatten. Heute möchte ich ganz gerne, Moment, 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 hier mal eins von den gelben wieder angehen. Blutrausch, vordere Hoshul, der Blutraus, was ist hier? Demütige Krimp der Tapferei, indem du seine Unterstützer vor Schrecken fliehen lässt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das so hinkriege, aber versuchen kann man es ja mal. Ich gehe jetzt da mal runter. Weil die Häuptlinge sind ja doch recht stark. Aber ich hatte ja einen Livestream gemacht gehabt auf Twitch. Und da habe ich ja so ein bisschen die Häuptlinge, äh die Häuptlinge, die Hauptmänner dezimiert. Allerdings sind da schon wieder welche nachgerückt, wie wir sehen. Gut, da werde ich heute Abend um 20 Uhr, werde ich nochmal einen Livestream machen. Dann werde ich mal schauen, dass ich hier die ganze Platte hier mal wieder leer räume. Die rücken zwar immer wieder welche nach, aber das spielt ja keine Rolle. Auf jeden Fall will ich da sehen, dass ich hier die Platte mal wieder leer räume. Heute Abend um 20 Uhr. Jetzt will ich erstmal hier so an die Häuptlinge gehen. Und da ist sowieso, den heben wir uns auf, diesen Red Bag. Hoffe ich zumindest, dass wir den nicht erwischen, da mit der Aufgabe. So. Weil Red Bag, ähm, könnte noch nützlich sein. So, und hier befreien wir erstmal. So. So, den erstmal wegräumen. So, und dann dich noch wegräumen. Okay. Haben wir wieder Flüchtling gerettet. So, und dann geht's da unten weiter. Da wollen wir hin. Bist du doch viel zu blöd für den Häuptling. So. Nehmen wir das mal an. Besiege die Leibwächter des Häuptlings. Okay. Ja, schauen wir mal. Das heißt, wir müssen erstmal Ne, das geht nicht. Okay. So. Okay, der macht jetzt das Leuchtfeuer an. Kann ich's nicht ändern. So. Ähm, ja, komm rauf. Komm. So. Ähm, die beiden sind da unten. So. Den haben wir. Halt. Dich brauch ich noch. Ach, Mist. So. Und dich machen wir auch mal ganz schnell weg. So. Nein, 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 nein. Komm. Du machst mir mal ein bisschen hier auf. So. Genau. Du kannst, äh, ja, das will ich ja auch gar nicht. Ähm, zumindest haben wir von dem jetzt auch die Schwächen. So. So. Und wir müssen den da niedermachen. Was, was, was bist du denn für einer? Umgrad der Befleckte. Ach ja, komm, jetzt stören nicht so hier. Mach lieber voran hier. So, da haben wir wieder einen weg. So. So. So, nix da. So, da haben wir da wieder einen weg. So. Und dich beseitigen wir auch. So. Dich will ich noch. So. Weg ist er. So. Dann müssen wir da noch rum. Und dem Burschen niedermachen. Ha? Haben wir wieder einen weg? So. Wieder einen weg. So. Na komm, dich holen wir auch. So, lassen Sie die Stütze vollstrecken. Ach, wir müssen sie fliehen lassen. So. Oh. Nein, tut er nicht. So. 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 Das heißt, wir müssen hier einige auf jeden Fall fliehen lassen. Das, das ist die Hauptaufgabe. So. Ja, und ich habe vor, eure Armee zu dezimieren. Was? Was? Willst du denn? Ich glaube, es hackt. So. So. So, Schildi weg. So. Und ich hoffe, es fliehen auch mal langsam welche. Einer ist geflohen. Oh, wir haben den Falschen getötet. Der soll doch fliehen und ich... Was? Jetzt kommt da noch einer? Grimpf, der Tapfere. Okay. Das ist vielleicht gar nicht so ungünstig. Wenn wir den jetzt... ...kaputt machen. So. So. Um meine feigen Uruks kümmere ich mich später. Aber du tröste dich mit dem Gedanken, dass du stirbst. Äh. So. 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 Ja. Nein, 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 nein. Hab ich dich nicht gerade erst gewarnt? So was. Äh. Ja. Jetzt machen sie mir ordentlich Damage hier. Weil ich hier wirklich in der Klemme sitze. So. So was. So. An den da will ich ran. Na. Komm mal ein bisschen hier raus. So. Erstmal ein paar weg hier. Und dich da will ich haben. So. Weg mit dir. Weg. So. Jetzt sollten einige von denen aber flüchten. Würde ich behaupten. Gestorben. Wir haben den Weg. So. Das heißt wir haben sozusagen die Aufgabe erfüllt. Würde ich sagen. Okay. Jo. Ähm. Ein Häuptling weniger. Gehen wir doch mal hier hinten hin. Vielleicht kriegen wir den nächsten Häuptling auch noch. Ah. Genießt deine Niederlage. Okay. Okay. Unter. Was. Unter. Was. Unerledigte. Angelegenheiten. Genießt deine Niederlage. Ja. Entschuldigung. Ich bin Legastheniker. Tipp. Besiege die Leibwächte des Häuptlings. Bevor du dich ihm stellst. Okay. Gut. Dann reißen wir erstmal hier rüber. Auf jeden Fall haben wir wieder einen Häuptling weniger. Das ist ganz gut so. Saurons Armee. Jawohl. Wir haben nur noch drei Häuptlinge. Waffen und Runen. Waffen und Runen. Schauen wir doch mal. Was? Dein Runenplatz Inventar ist voll. Für mehr Platz wähle ein Rune und drücke X. Ja. Gut. Das heißt wir müssen hier ein bisschen freiräumen. Ich würde sagen, wir machen die niederen weg. Also die schlechteren Sachen erhöht den Nachkampfschaden bei mittleren Treffer Serien. 18% und 20%. Ich würde sagen, den können wir weg machen. Möchtest du die Rune wirklich umwandeln? Nein. Machen wir nicht. Wir schauen uns erstmal an. Das heißt, hier ist ja noch nicht voll. Auf dem Schwert war voll. Das heißt, da können wir nicht mehr machen. Okay. Gut. Das war jetzt aber auch nicht so wichtig, glaube ich. Stellt bei einer Bodenhinrichtung. 52 Fokus. Nein, nicht wirklich. Okay. Gut. Wir wollen weiter zu dem Häuptling. So. Hör auf zu jammern und tu etwas dagegen. Kommt doch her. So. Hier ist er noch irgendwo. Ja, genau. Lassen wir den Sklaven mal fliegen. So. Und. Ja. Nix da. Nix da. Ich bewege mich, solange ich lustig bin. So. Und Schildi weg. Genau. So. Und dann gleich den nächsten hier. Wie du willst flüchten. Weg mit dir. So. Das dazu. Dann müssen wir da weiter. Da haben wir noch was. was auf uns wartet. Ja. Hast du mich gar nicht kommen sehen, ne? Hallo. Weg mit dir. So. So haben wir wenigstens den Rücken frei. So ein bisschen. Okay. Dann. Hier. Elite Häuptling. Versuchen wir es. Wenn nicht, naja. Was soll's. Dann müssen wir in der nächsten Folge stärker werden. Da ist er. Mist Sammler. Okay. Erledigen wir dich. Ich hoffe nur, das Lager am Schluss schließt sich nicht mit uns zusammen. Bei so viel Konkurrenz würde ich die Beförderung auch nicht. Menschen abschauen. Ja, genau. Menschen abschauen. Oh, diesmal wirst du merken, wenn ich dich getötet habe, Waldläufer. Diesmal wirst du es merken. Ähm, ja. Das hab ich anders geplant. Nein. Nicht im Ernst. Würdig wärst du mein Gegner auf dem Übungsplatz. Äh, das war der. Oh, noch so einer. Ne, warte mal. Das lassen wir erstmal. Den müssen wir irgendwie andersher kriegen. Ach, Mist. Den werden wir so nicht kriegen. So. Oh, weia. Nein, nein, nein. Zwei von dieser Sorte ist echt übel. Nein, werden sie hoffentlich nicht. Ach, doch werden sie... Ach, Mann. Na, komm, 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 komm. Ehe. Ich muss hier raus. Das bringt so nix. Weil zwei von denen, ähm, das ist zu viel. Definitiv. Ah, Pfeile mag er nicht. Das ist gut. Zu wissen. Dabei wollte ich doch meine Klinge ausprobieren. Du nicht. Ah. Weg hier. Lasst mich durch hier. Okay. Okay. So. Raus hier. Das ist eine knappe Kiste hier. So werden wir den nicht kriegen. Oh, ich glaube, da ist immer an einer Pflanze vorbeigelaufen. Aber das Geist rücklaufen wäre dumm. Das heißt, äh, wir schauen mal. Da ist noch eine Pflanze. So. Laden wir uns mal auf. Und dann schauen wir mal. Der ist ganz da hinten. Ja, hab ich mich. So. Schauen wir mal. So. Wenn ich den alleine habe, könnte das vielleicht was werden. Na, komm her. Häuptmann. Häuptling. Da war kein Geräusch. Den machen wir jetzt erstmal alle, hoffe ich. So. Ach, Mann. Hau doch ab da. Halt. 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 Du hast keine Vorstellung von dem Ärger, in dem du steckst. Halt. So was. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Komm, 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 komm. Eh. Eh. Ich hab doch eh gedrückt, verdammt. Danke. Ach. Ich hol dich noch. Verlass dich drauf. Ich hol dich noch. Ja, schön. Das heißt, wir werden auf jeden Fall dort wieder zurückkehren. Maus, Silber. So. Dahin. Dahin. Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. So. Und alle anderen Lichter versagen. Uninteressant, ich will den Burschen da. Und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. So. Weiter. Komm. So. Die kümmern sich um den Karagor. Ich kümmere mich um den Burschen da. Na komm. Annehmen. Der wird ja wohl machbar sein. Ich muss den nur irgendwie da rauslocken. Da ist er. Da ist er. Gut. Schauen wir, dass wir den kriegen, den Burschen. So. Wir müssen den da rauskriegen. Nein. Du kommst erstmal weg. So. Wo ist er? Runterspringen bringt nichts. Das wäre dumm. Das hatten wir schon mal. Da sehen wir den nicht. Den Burschen. Oh nein. Ich hasse es, sie zurückzubringen. So. So. Ja. Ein stinkender Tag bist du. Kannst dich bei Tod bleiben, wenn ich dich töte. Genau. So. Nein. Ich will dich jetzt. Und ich hole dich. Verlass dich drauf. Ich kriege dich irgendwie. Und wenn es jetzt die ganze Zeit nur so geht. Ich will dich nicht. Ich will dich nicht. »Wie putzig.« Du hast es wieder versucht. »Spark«. So, nix da. Irgendwann musst du doch mal kaputt gehen. So, den Häuptling haben wir hingerichtet. Na endlich. Ja, ja. Du nicht mehr, mein Freund. Du nicht mehr. Hä, was? Okay, gut. Dann haben wir... Ich will doch das da... Na komm, nimm doch das. Hä? Geh mal ein bisschen zurück her. Ich werde doch das da noch kriegen. Nein, der will das nicht. Warum nicht? Ich kann das nicht aufnehmen. Halte ESC gedrückt. Ich halte ESC gedrückt. Ne, warte mal. Das ist ja das. Warum nimmt ihr das nicht auf? Gut, äh... Werden wir ein andermal mitnehmen? Schauen wir erst mal. Also, so viele Häuptlinge gibt es ja nicht mehr. Da oben ist eins neu. Das ist nicht neu. Das war doch schon mal da. Okay. Gut. Ich würde sagen, den versuche ich noch. Reißen wir hier hoch. Dann haben wir ein paar Häuptlinge echt niedergemetzelt. Und, wie gesagt, heute Abend um 20 Uhr wird dann Livestream sein auf Twitch. Den Link mache ich unten rein. So, ähm... Wir haben nur noch diese beiden Häuptlinge. Nur noch diese beiden hier. Gut, der soll mich da weniger stören. Gehen wir erst mal da hin. Und versuchen mal, ob wir den Burschen da kriegen. Ja, und welche Farbe das Innere des Grafmann versagt. Aber ja, das haben wir uns... Ah, ja, ja, ja. Ich habe im Inneren keine Farben. Ich bin ein Geist. So, dadurch... Da ist unsere Aufgabe. Ich glaube, bei dieser Aufgabe waren wir schon mal. Und da waren wir auch so übelst gescheitert. Zerstöre den Gordhauer und locke die schwarzen Hauptmänner hervor. Okay. Du hast gesehen, wozu diese Monster fähig sind. Es wäre Wahnsinn, hier zu bleiben. Ja, aber die Umstände haben sich geändert. Verstehst du? Er ist nun auf unserer Seite. Warum sollte er uns helfen? Vor kurzem war er noch unser Feind. Talion, bist du bereit für den Kampf? Ich werde den anderen das Verbandszeug bringen. Die Orks erbauen ein Monument zu Ehren Saurons. Wir haben genug Schießpulver, um es zu zerstören. Gut. Ich nehme es und ich bring's zu Ende. Nicht ohne meine Unterstützung. Ich dachte, du wolltest bloß noch deine Frau retten. Dachte ich auch. Na los, gehen wir, bevor ich meine Meinung ändere. So, jetzt hätten wir ein bisschen was vor uns. Die Sklaven, die wir gerettet haben, sagten mir, wo das Monument des dunklen Herrschers am verwundbarsten ist. Dort werden wir angreifen. Wir müssen den Uruks einen ihrer Grogkarren stehlen. Das würde unserem Schießpulver die nötige Würze verleihen. Lass uns gehen. Okay. Die Gugle haben sich gegen die Uruks gewandt. Die Natur kann nicht gezähmt werden. Okay. Gut. Und wie weit willst du noch mit mir laufen? Sei bereit. Wo es Grog gibt, warten auch Uruks. Wenn ich fertig bin, wird kein Uruk mehr am Leben sein. Das verspreche ich. So. So. Und nü? Äh. Was? Ich verlasse was? Nein, nein. Ich muss da wieder rein. Ich habe über tausend Jahre auf unsere Verkältung gewartet. Wenn der dunkle Herrscher zurückkehrt, dann wird jeder vom Zeitalter der Uruk sprechen. Zwei. Hä? Wieso stehe ich jetzt unten? So. Okay. Da ist noch einer. Der Karten. Der Funke unserer Rebellion. Okay. So. Ihr solltet euch von mir fernhalten. Ach, und warum? Was war das? So. Ja. Oh. So nicht. Ich hasse diese Schildtypen. Weg mit dir. So. Da haben wir acht von neun. Da fehlt aber noch einer. Warte mal. Wo ist der neunte? Da muss er irgendwo sein. Da höre ich ihn. Aber wir sitzen immer noch hier fest. Warte mal. Ist der da oben irgendwo? Ne. Machen wir das mal runter. So, okay. Der Weg ist frei, Männer. Gute Arbeit, Herr Leon. Müssen wir sicher gehen, dass meine Männer den Karren unversehrt zum Monument transportieren. Warte mal. Der soll nichts verraten? Na, erzähl dir den irgendwas. Das heißt, wir haben alle tot. Ja. Ich folge dir jetzt wieder. Ja, was denn noch? Willst du nur laufen, oder was? Steh doch nicht so dumm da rum. Sieh nur, wie schnell das Böse um sich greift. Dieser Verfall. Gondor darf den Schatten nicht anheimfallen. Okay. Ja, ja, ja. Dann gib Gas. Ja, komm, wir sind schneller. Was denn? Hier sind ja nicht mal Urugs. Wieso schleißt du dann so? Okay, gut. Ja. Genau. Was? Gude. Sie werden uns das Fleisch von den Knochen reißen. Äh, nein. Das sehe ich anders. Weg mit dir. So, siehst du. Weg sind sie. Können wir jetzt weitergehen? Danke. Sehr gut. Ja, wo willst du hin? Das Lager der Urugs liegt vor uns. Töte sie und meine Männer folgen. Ich werde in der Nähe bleiben, falls du Hilfe brauchst. Okay. Es ist nicht schwer, dem Tod ein paar Mal zu entkommen. Man muss den Tod nur anziehen. Und sagen, hey, verpiss dich, Tod. So. So. Da ist ein Uwuk. Die Gule, die sind uns derzeit sehr hilfreich. Na komm. Ich werde doch den noch kriegen. So. So. Ein Gule haben wir weniger. So. Und irgendwas müssen wir hier anscheinend machen. Schon wieder. Hä? Hau doch mal ab hier. So. Also hier zeigt er hin. Sieben Fuß. Zehn Fuß, hä? Ist hier drunter irgendwas? Moment. Erstmal weg mit dir. So. Kann man da irgendwie rein? Ich will mal gerade schauen. Irgendwie kann ich mir das gerade nicht vorstellen. Wenn du Menschen auf dich zukommen siehst und etwas in ihnen blüht, dann kämpf besser bis aufs Blut. Oh, Pfeile. Okay, hier kann man nirgends rein. Und es zeigt nach da unten. Okay, jetzt sollen wir dem folgen wieder. Okay, dann war das vielleicht, äh, dass da wir da drumherum alle wegmachen mussten. Gut, auf zu ihm. Ja, gut, dann lauf mal. Ja, gib Gas, komm. Lauf, 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 lauf. Hä, was jetzt? Hä? Wie war's denn nun? Wir beide, Seite an Seite. Wer hätte das gedacht? Ja, wer hätte das gedacht? Das, wo du nicht mal vernünftig läufst. Ich muss jedes Mal bremsen. Was? Waldläufer, bleib hier. Was? Die Gule umschwärmen, Durthang. Bei all der Aufregung können meine Männer den Karren ungesehen unter die Brücke schieben. Okay. Ungesehen unter die Brücke, hä? Okay, dann... Warte mal, sind da Karakon? Nein, keine drin. Doch, da ist einer. So. Weg. Siehst du? Ja, dann geh mal weiter. Los, komm. Hier, gib Gas. Oder wie lange soll das hier noch dauern? Die Toten sammeln sich zu unseren Füßen. Ja, schön. Sie greifen uns an. Was? Gar nichts greifen die an. Hier, guck mal. Ein Schlag und die sind futsch. So, irgendwo noch welche? Ja, unten. Schön. So, 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 so. Siehst du? Und wieder einer weg. Weg. Meine Fresse. So. Erstmal freiräumen hier. So, siehst du? So macht man das. So. Kommt auch nichts mehr nach. Ja, wir haben jetzt zweimal diesen Speziellschlag oder Spezialschlag. Okay. Warte mal. So. Gut. Weiter. Ähm, ja. Sei bereit, Talion. Der nächste Vorposten wird der größte sein. Gut. Ja. Es ist zu still. Irgendetwas ist hier faul. Ich glaube, das ist eine Falle. Ich glaube, das ist eine Falle. Moment mal. Alle tot? Ähm. Okay. So. 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 Haben wir das. Und nü? weiter. Ja, komm. Gibt's da. Ein Feind ersetzt den nächsten. Ja. Genau. Wo willst du denn hin mit mir? Verdammt, danke. Vor uns erhebt sich das Monument. Ein Tribut der Dunkelheit erbaut mit dem Blut meines Volkes. Bald wird es vernichtet sein. Ja, aber ich brauche erstmal hier das Pflänzchen. Dann wird das Monument fallen. So. Sie, Waldläufer. Alles hängt daran, dass wir die Uruks in diesem Vorposten vernichten. Nur dann kommen meine Männer nah genug an das Monument heran. Ja, gut. Die Uruks schwinden in ihrer Zahl. Nun, da ihre Häuptlinge durch meine Hand gestorben sind. So. Wo haben wir hier noch welche? 17 müssten es sein. Wo sind denn hier noch Häuptlinge? Oder äh, Häuptlinge sei schon. Wenn du mich fragst, gibt es in Udun nicht viel zu tun. Der Hauptmann sollte uns nach Nun schicken. Dort ist immer etwas schwierig. So, weg. So, haben wir den auch weg. Dann. Bisschen Platz räumen wir. Deine Waffen sind bereit. Dann lass uns ein paar Feinde aufschlitzen. Gut. Wir haben hier anscheinend vieles zu tun. Weg mit dir. Fünf. So, wo haben wir hier noch mehr? Ähm. Ob du ein gutes Mal suchst oder neue Waffen. Da hinten. Ja, die Sonne hat alles. Alles muss zuerst dort vorbei. So, okay. Zeig mal. Treffen wir dich von hier? So. Jawohl. So, und hier räumen wir mal ein bisschen auf. Halt, halt, halt. Halt. So. Äh. Bei mir hat das gerade das Bild gesponnen. Was soll das denn? So. Warum wollen wir euch hier? Weg! Hä? Ach, das... Ach, das... Äh? So, okay, die haben wir weggeräumt. Wie viel haben wir jetzt? Einer fehlt noch. So. Das heißt, der ist vielleicht da oben, oder? Warte mal, schauen wir mal. Schauen wir mal. Nein, da ist keiner. Da ist keiner, doch. Die gucken alle nach da oben. Also muss der da oben sein. Ja. Ja. Ähm. Äh. Ah. Ähm. Runter mit dir. So. Das hätten wir erledigt. Wer gehört? Stopp zum Tor! Da ist ja eigentlich nur noch dieser eine Häuptling, und... Ja. Getroffen. Ich kümmere mich um die Urux. Du kümmerst dich um den Karren mit dem Sprengstoff. Ja. So. 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 Na. komm her so und noch einer ja wir müssen hier so da ist einer da oben ok starbliches leid kann uns nichts an unsere qual sitzt viel tiefer so weiter 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 mal wir müssen hier ein bisschen was wegräumen der nervt ok da oben ist auch noch einer na komm so wo ist noch einer da hinten was was der karton ist explodiert echt jetzt das heißt ich muss erst die diese teile da weg ballern und dann ich kümmere mich um die du kümmerst dich um den karren mit dem sprengstoff gut ja bin ja schon dabei also ganz entspannt bleiben wieso hatte ich jetzt diese spezial attacke nicht machen können ja nix da reißt du ab ich reiß dir gleich was ab siehst du kopf ab so und jetzt müssen wir wohl diese bogenschützen weg machen so na komm raus komm so da bist du so so und jetzt auf das ding da durchschieben komm schon komm schon komm schon komm schon schieb das teil äh nein nicht aufhalten auf keinem fall aufhalten eliminiere die schützen so so gut weiter 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 moment ich muss das hier verhindern so ich muss hier mal neue feile auf jeden fall aufsammeln damit ich dann hier notfalls wieder schießen kann so weiter na komm schieb doch was ist jetzt der will den karren nicht mehr schieben schieb den karren los dahin ja 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 das schaffen wir das schaffen wir jawoll diesmal schaffen wir es oh also das monument dürfte da nicht mehr lange stehen glaube ich oh kopf ab okay da haben wir ganz schön viel kaputt gemacht aber guter plan du hast ihren untergang besiegelt mein volk glaubt es hätte sich seine freiheit erkämpft hast du ihnen das versprochen sie brauchen hoffnung ich gab ihnen nur was sie wollten gib deinen männern einen anführer ja beste wer weil er scheint wirklich zu wissen was er tut der plan war auch gut okay das haben wir abgeschlossen der schwarze hauptmann okay ähm ne das wollte ich doch ich wollte da mal gucken irgendwas äh moment ne da haben wir nicht mehr dazu gekriegt ne doch ja 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 das heißt wir können wieder einen rodenplatz freischalten oder warte mal warte mal warte mal das kostet 870 mehr elben geschossen wir brauchen wir derzeit noch nicht also ich würde gern einen rodenplatz freischalten obwohl ich da ganz gern mal hier unten weiterhin käme da hatte diese fähigkeiten fernkampf auf okay was ist das hier was hat denn die fähigkeit bei schleichtötung auf was ist das hier war die fähigkeit mit dem nahkampf zerstörungen auf drücke z um 20 sekunden lang was unbegrenzte hinrichtungen zu ermöglichen oh jo ich würde sagen darauf sparen wir aber ist eine menge was wir da brauchen 2500 äh punkte die schwarze hand und seine hauptmänner sind die wahren monster sie werden zurückkehren und diese menschen vernichten so das heißt hier unten haben wir da ganz schön was kaputt gemacht ne da oben war das das heißt der schwarze hauptmann den müssen wir noch besiegen so weit sind wir aber noch nicht wie gesagt heute abend ähm 20 uhr da werde ich dann den platz wieder mal freiräumen das heißt hier das hier werden wir heute abend mal aufräumen also ich sag bis heute abend 20 uhr und tschüss z z z z z z